Hi, ich habe im Buch gelesen, dass man die besten Resultate erzielt, wenn man eine Muskelgruppe täglich trainiert. Deshalb habe ich mich entschlossen, in den nächsten vier Wochen ein kleines Experiment zu machen. Ich möchte versuchen, wie reagiert ein Muskel, den man sehr leicht sehen kann, nämlich der Bizepsmuskel, auf tägliches Training. Ich möchte nicht viel machen, sondern täglich drei Minuten, dafür wirklich jeden Tag über einen Monat Lunch, vier Wochen. Und um zu zeigen, was das gebracht hat, werde ich jetzt einmal meinen Bizeps abmessen, damit man die Startvoraussetzungen kennt. Okay, der höchste Punkt, gut, der höchste Punkt ist bei mir auf der rechten Seite, ich würde sagen 35,8. Und auf der linken Seite wird er wahrscheinlich etwas kleiner sein, weil rechts meine starke Seite ist. Und jetzt schauen wir, was ist auf der linken Seite. Auf der linken Seite ist 34,5. Okay, also hier habe ich gehabt 35,8, 34,5. Und jetzt werden wir schauen, was in den nächsten vier Wochen passiert, bzw. wie das Resultat aussieht. Was ich dazu machen werde, das werdet ihr dann morgen sehen, wie meine drei Minuten ausschauen, die über vier Wochen immer die gleichen sein werden. Bis dann!